ja ne der heißt nur genau so also damit erstmal herzlich willkommen übrigens zu Rocket League ja wir spielen hier gerade gegen Stefan was ist das für ein geiler Zufall alter Stefan ist aber scheiße ja heute wieder mal mit dem Kuja das war ziemlich gut von mir komm boxt den einfach alter ne lass ich mir ner bieten was n safe alter was n guter spieler den mach da jetzt rein schade hättest du den eigentlich noch gesaved falls ich verkackt hätte ja das ist gut oh ich mein wer sagt denn dass du nicht verkackt hast war schon schlecht na aber ich hab gesaved so wie jetzt auch zum Beispiel oder eben jetzt ne oh hat der Gegner irgendwie kac gebaut ne ne Dammit. Also easy. War das ne gute Vorlage von mir? Guck da. Ah stimmt. Genau da. Ja. Hast du gut gemacht. Coole Vorlage. Hab ich sehr gut gemacht. Jetzt frag mich so der Gegner hier halt Boost genommen hat. Man fast Touch war einfach zu krass für den. Mann was ein Huyu. Guck dir das mal an. Hallo ich muss boxen. Hast du eigentlich so gemacht. Ich hab's gesehen. Wolltest du ja net salven. So ein Bastard. Jetzt auch wer mit vor fährt. Ich fahr jetzt auch mit vor. Mach es versucht das der Mitte bleibt. Hat ja fast gut geklappt. Hat ja fast gut geklappt. Bastard. Lass mal den mal wegboxen hier. Oh. Gute Vorlage. Mach es da wissen. Eins oder eins. Mach du weiter. Mach du weiter. Abgang muss. Abgang muss. Ah sehr gut. Der Gegner ist saved. Hallo. Keine Eingau bitte. Ja ja. Guck mal gutes Teamwork mit mir und dem Gegner. Jetzt hab ich Boost. Oh shit. Schön. war doch easy oh gutes tor von dir nein 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 feins tor einfach das war knapper als beliebt war was zum teufel ist das für eine physik ja macht ja ganz viel sinn wenn wir das jetzt verlieren wegen diesem scheiß physik fehler der alte so ein lack schon wieder barm junge fickt sich alter oh man so fast wie der weg fliegt wer hat so ein wichs kind man das ist so unlucky das spiel immer nur am reinlacken diese kackpist gegner alter wir machen mal bis für ein ganz tolles laktor ja und der semi profi carried erst mal einen platin 2 und die smurft und ist kacke alter 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 fahr du 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 höh höh den hast du auch blät ja hat er nur am boxen solche huren kinder schon wieder man kann nicht wahr sein die wissen aber auch echt alles wir haben anscheinend physik studiert alter ja ich hätte direkt rein machen können ich bin zu weit gefahren dumm sind sie auch noch das ist so dumm guck dir das doch mal an hallo ja das war dumm dass du dahin fliegst ja aber wenn du einfach wartest und ich den ball spiele dann kannst du dafür dann diesen pass dann mitnehmen auch punkte verfasst hat ja es ist das war jetzt dumm von mir die können gar nichts die gegner alter ohne witz guck dir das mal an mh hallo ich fühle mich jetzt bestimmt ganz cool ja alter ich kann so tolle sachen freestyle alter das gibt es einfach nicht ja 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 macht ja sinn für was für was stehe ich denn da wenn es keinen sinn hat komm ey schon wir verlieren jetzt das zweite game am stück weil das game sich denkt auch für silke ist mal kacke hier gute vorlage vom gegner ja 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 hab bei auch so ein stück kack Oh cool Eigentor Nummer 2 Spielaufzeit Alter Was machen die denn gerade von Gott? Frage ich mich auch Oh lord, die Ballen dann nicht gut Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im WC kann man nicht mal in Ruhe Boost holen, ohne dass die Gegner wieder Bullshit machen. Ich hab keinen Boost mehr. Ja, das war ziemlich gut gesavet von dir. Altym. Ja, wir müssen halt mal gewillt. Ja, eine Runde noch und dann... Ohne Witz. Ich frag mal Stefan, die müsste ja jetzt eigentlich mal wieder da sein. Mann, ich bin Gold, aaaaaaah. Kein Bock auf die Kacke. Fahr du drauf. Ah, gute FPS Drops. Keine 500 FPS bei 4K? Ja. Ja. Rocking hat sowieso nicht so ne gute Performance. Ja. Ja, vor allen Dingen Mikroruckler sind das Problem von diesem Wichsspiel. Vielleicht sollten die halt endlich mal nicht mehr die Unreal Engine 3 verwenden, sondern mal Unreal Engine 4. Lol, gibt's ja auch. Schön. Weißt du, wir fangen immer gut an. Und dann verkacken wir's. Du verkackst das. Naja, also der letzte Lose war deine Schuld. Wieso? Ja, du hast ja nicht gescheit gesavet. Ich hab zwar davor auch verkackt. Du warst dabei und dann hast du nicht gesaved. Und ich war grad eigentlich dabei zum Fall zu fahren. Ja, aber du hast auch nicht gesaved. Ja, weil ich nicht in der Position war zum Salven dann eigentlich. Doch, eigentlich hätt man den easy saven können, nur in der Position aus. Naja, nicht so wirklich. Ja, was war das denn jetzt überhaupt? Damit kann ich ja nicht rechnen. Ich habe Mikroro... Klär des Teufels, Alter! Ohne Witz! Scheißspiel! Danke. Jaaa... Alter! Hallo! Ne 1080.te und das Spiel läuft immer nur nicht flüssig, lol! Fick Geburten, Alter. Wir können doch wohl mal ein Spiel irgendwie... Hallo! Was ist das für ein Kackspiel, Mann? Oh, jetzt ist mal einer Gegner ein bisschen geboxt worden. Ah, war die richtige Entscheidung von mir nicht... ...den Fernschuss zu machen, sondern... ...abzuwarten, was der Gegner für ne Bullshit baut. Er hat nämlich damit gerechnet, dass ich Fernschuss mache. Dann habe ich den einfach nett gemacht. Oh, der war ja einfach Afka. Ohne Möglichkeit. Ohne Möglichkeit. Ohne Möglichkeit. Ohne Möglichkeit. Ohne Möglichkeit. Du musst fahren. Noch 220 Tore... Ich glaube ich habe mich verschrieben, aber egal. Wenn man nur mit einer Hand schreibt, dann... Ach mann. Der ist nicht drinnen, ne? Guck mal. Als ob, ey. Ha. Too easy. Ja, ich glaub, das haben sie verloren. Ich kann die wieder aufgeben. Was heißt ein FF? Äh, Vorfeld. Surrender kann man aber aufsagen, gell? Ja. Solche Spastis. Hallo. Servus. Was? Nächstes Mal, wenn du aufnimmst, sag ich dann auch, Marius, so Breithild hat's gesagt. Und dann move dich Marius rein. Hey, Marius hat dich reingemovt. Ja, ja. Und nächstes Mal, wenn du alleine so im Aufnahmechannel bist, sag ich es zu Marius. Ja, Marius Breithild hat gesagt, du sollst mich move'n. Dann... Und dann move'n er mich. Dann kann ich dich auffacken. Gute Geschäftsidee, oder? Ja, aber das geht auf Breithilds Hüfte. Ja, das juckt mich nicht. Ja, äh, du bist ja auf YouTube übrigens, ne? Ist klar. Ja, ja. Also jetzt nicht, äh, Niggers sagen oder so. Und... Sniggers. Snarzi, oder? Sniggers, genau. Die Pferde zieht. Alter. 7 zu 2. Alter, steht 7 zu 1 und die dummen Köpfe, ne? Geben nicht auf. Wird's denn selber besser als... Wolltest du Negerköpfe sagen früher? Genau, ja. Ey, ich hab zu viel Unterricht bei Hennix gehabt. Ja, oder bei einer Schneide. Oder bei Hennix. Aber ich freu mich so auf morgen, weil morgen hab ich nämlich keinen Unterricht mit Hennix. Weil ich Freitags keinen Unterricht mit Hennix hab. Hast du immer noch diese 6 Stunden Tage? Ja. Freitag... Also morgen hab ich 6 Stunden. Aber nicht. Was? Also... Du hast 6... Morgen hab ich 6 Stunden. Immer. Regulär. Aber nicht mit Nix. Nee. Alter, ich geh jetzt weg. Wann hast du immer mit Nix? Wann hast du immer mit Nix? Mittwoch hab ich 6 Stunden mit dem Hennix. Ohne Kack, Alter. Ich hab vorher erstmal down die carried auf Gold. Tschüss. Und ich bedanke mich damit fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Dann mit Stefan. Tschüss. Ich will nicht.